Hallo zusammen, herzlich willkommen zu den Wiesner News. Ich beginne wie immer mit den Industrie-News und ich beginne mit einem kleinen Augenzwinkern zu dem letzten Video von letzter Woche, wo ich das Thema angesprochen habe. Mittelformat-Look, ja, nein, APC, Vollformat, ja, nein. Emotionales Thema, also falls du noch nicht durch die Kommentare von letzter Woche geblättert hast, schalte ich nochmal das Video von letzter Woche aufrufen, durch ein paar Kommentare blättern und ein bisschen mitschmunzeln, weil es natürlich, gerade Mittelformat-Look, bleibt natürlich ein emotionales Thema. Ich habe ja meine Meinung beim letzten Mal gesagt. Schlechte Nachrichten, sowohl Nikon als auch Canon erhöhen die Preise, beide haben angekündigt, dass sie die Preise erhöhen werden, als wenn das nicht schon teuer genug wäre. Da trifft es sich natürlich sehr, sehr gut, dass immer mehr Dritthersteller kommen, wie zum Beispiel Wildrocks, da habe ich diese Woche ein Video rausgehauen, Wildrocks 85mm für Canon RF, für aktuell 350 Euro, 85mm für Portraits und so weiter, 350 Euro, kann man nicht so viel falsch machen, glaube ich, für alles Weitere sehe mein Review. So, Facebook, nein, ich muss ja jetzt Meta, ich heiße ja jetzt Meta, die Aktie bricht um 20% ein, jeder schmunzelt so ein bisschen, freut sich so ein bisschen, man ist ja immer ein bisschen schadenfroh, zumindest alle, die die Aktie nicht haben, ich habe keine Facebook-Aktie, weil sie schlechte Quartalszahlen gerade rausgebracht haben. Ich sage das deswegen, weil wir hier schon seit Jahren inzwischen diskutieren, macht Facebook überhaupt noch Sinn, wir essen auch auf Facebook, ja, ich bin da, ich gucke einmal die Woche rein, ich nutze es nicht mehr aktiv, schon lange nicht mehr, ich sehe aber, dass viele von meinen Kollegen das noch aktiv nutzen, aber der Grund für den Aktieneinbruch ist natürlich, dass die Nutzerzahlen schrumpfen dazwischen, das Wachstum ist schon länger vorbei und dazwischen schrumpfen sie tatsächlich sogar und das mitten in der Pandemie und mitten im Winter, wo alle zu Hause sitzen, viel am Computer sitzen und dann weniger Facebook-User, weniger Facebook-Nutzen, ja, das Ende ist in Sicht, aber Facebook ist selbst schuld, also müssen wir uns ja nicht, machen wir uns nichts vor, hat ja einen Grund, warum da keiner mehr hingeht. Nikon, wenn du wissen möchtest, wie viel Auslösung deine Nikon hat und zwar insbesondere interessant, wenn du eine spiegellose hast, weil wenn du eine spiegellose Kamera hast, dann hast du in der Regel auch die Möglichkeit, ohne Verschluss zu arbeiten, also ohne mechanischen Verschluss. Das ist zum Beispiel interessant, wenn du viele Timelapses machst und das ist zum Beispiel interessant, wenn du eine Kamera hast, die du kaufen möchtest, gebraucht kaufen möchtest, beziehungsweise gebraucht verkaufen möchtest. Ich als Käufer will ja wissen, eine Kamera, wie viel Auslösung hat die. Und wenn die 100.000 Auslösung hat oder 10.000 und sonst alles gleich, ist die 10.000 dann natürlich mehr wert, weil der Verschluss, der ist mechanisch, der verschleißt, der ist irgendwann durch. Und es gibt also eine Software, scheinbar, ich habe sie nicht ausprobiert, die das anzeigt, nicht nur wie viel Auslösung die Kamera hat, sondern wie viel davon mechanisch und wie viel elektronisch sind, weil die elektronischen Auslösungen sollten egal sein, weil da halt eben kein Verschluss klappt und dementsprechend auch kein Verschleiß ist. Also ein gutes Thema für Leute, die viel Timelapses machen. Dann bin ich über den David gestolpert, einen Fotograf, ich verlinke den mal, macht ziemlich coole Bilder, also Architektur und zwar auch so dieser super Ultra-Langzeit-Belichtungs-Look und teilweise auch ein bisschen Details. Also ein paar sehr, sehr, sehr schöne Bilder, da bin ich also zufällig drüber gestolpert und hängen geblieben, weil das echt, echt ein Augenöffner ist. Und natürlich was, was man jetzt im Winter wunderbar machen kann, wenn du in der Stadt wohnst, bei uns auf dem Dorf gibt es halt keine interessanten Gebäude, außer die rote Dorfkirche, die in jedem Dorf gleich aussieht. Also gerade was für den Winter, wenn du in der Stadt wohnst, mal irgendwie ein Projekt draus machen, mal ein paar Mal halt in ein cooles Gebäude gehen und mal ein bisschen rumspielen, Langzeitbelichtung und so weiter. Wobei bei diesen Fotos sicherlich auch sehr viel Photoshop dabei ist, muss man natürlich auch sagen. Valentinstag steht vor der Tür, Valentinstag steht vor der Tür, also nicht vergessen, falls du ein Mann bist, nicht vergessen, deine Freundin, Frau wird drauf bestehen. Ich habe was für meine Freundin, immer Frau, nicht Freundin, Frau, vorsichtig. Jedenfalls ein paar Foto-Ideen habe ich gefunden, also wenn du da gerne ein Fotoshooting zum Valentinstag machen möchtest, sind da vielleicht Ideen dabei für die Umsetzung. Olympia steht vor der Tür, Winter-Olympiade steht vor der Tür. Und die großen Kamerahersteller haben dann da ein Center, also Sony hat ein Kameracenter da, wo die Profifotografen hingehen können und halt ihre Kamera schnell reparieren lassen, saubern und säubern lassen können oder sich mal ein Objektiv ausleihen können, wenn sie irgendwas Spezielles brauchen, was sie nicht haben. Wir haben im Podcast eine Folge gehabt mit dem Ulf Schiller. Ulf Schiller macht Sportfotografie, der war bei der letzten Olympiade dabei und erzählt ein bisschen, wie das so war, dabei zu sein. Lange Tage, kurze Nächte und so weiter, gerade jetzt auch in der Corona-Zeit. Das ist eine sehr interessante Folge in dem Podcast, kann ich sehr empfehlen. Und hier ist eine Webseite bei PeterPixel, der zeigt ein bisschen Behind-the-Scenes, der ist gerade da. Wie dieses Sony-Center aussieht, die haben da also ganze Schränke voller teurer Objektive und so und wahrscheinlich ein hohes Security-Team, weil das Center ist teuer. Sieht cool aus, also kann man sich mal die Bilder angucken zumindest. Bleiben wir noch kurz bei Sony. Sigma, Gerücht, aber das ist in der Regel ziemlich realistisch bei denen, dass diese Woche noch, ja diese Woche, nächste Woche, Ende der Woche, also Anfang nächster Woche, kommt Sigma 20mm 2.0 für Sony. Das ist auch nichts, nichts wirklich Neues. Gibt es schon ein paar Mal. Liebes Sigma-Team, mach doch mal 18mm oder sowas. Also so als Kreativität. Ich bin ja jahrelang unterwegs gewesen mit dem Samyang 12mm in APS-C, also umgerechnet 18mm. Und es ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, dass ich so gedacht habe, wenn ich jetzt mit Vollformat mit 20mm unterwegs bin, ich würde auch einen Tick mehr nehmen. Ich brauche gar nicht 16. 16, 35, ja klar, ich bin flexibel. Aber ganz ehrlich, benutze ich selten auf 16. Viele öfter auf 18. Nur um was Kreativeres zu machen, als zu sagen, wir bauen auch noch einen 20er. Ich möchte gar nicht über Sigma lästern. Sicherlich klein und gut, weil sie machen ja im Moment sehr viele kleine, sehr, sehr gute Objektive. Wir haben auch mehrere Reviews gemacht. Falls es also wirklich kommt, werden wir bestimmt auch ein Review dazu machen. Ich schreibe sie immer mal an, ob das stimmt. Ich darf es euch da nicht sagen, aber ich frage sie immer, ob es stimmt und wann ich denn mein Exemplar kriege. Wenn dir dann die Kamera zu langweilig ist, weil die alle irgendwie schwarz und quadratisch sind, es gibt Skins dafür. Also du kannst da quasi Folie raufkleben oder so. Ich hatte mal lange Zeit für die Canon 6D, weil das, glaube ich, so eine Gummihülle quasi, wie man das vom Handy kennt. So ein Gummischutz. Falls sie runterfällt, hat sie halt einen Schutz. Sie liegt dann nicht besser in der Hand. Ich dachte, sie liegt besser in der Hand. War aber nicht so. Halt so mit Gummi drumherum. Und vor allem auch ein Blickfang. Genau, mit der Nikon, mit der kleinen Nikon 5100 oder das, glaube ich, in Gelb. Da war das ziemlich gut, weil die Kamera wirklich besser in der Hand lag, weil sie auch größer wurde dadurch, lag besser in der Hand. Und sah ziemlich cool aus. Schwarz-Gelb, Kamera schwarz und die gelbe Hülle. Das war ziemlich gut. Und hier gibt es also Skins für deine Kamera, die verschicken scheinbar weltweit. Ich habe es aber nicht ausprobiert, wie zuverlässig die sind. Dann noch ganz was anderes. CosiSpeed. CosiSpeed, die Kamerataschen, schon öfter bei mir gesehen. Der Geschäftsführer, der wohnt inzwischen in Afrika tatsächlich und macht sein Geschäft von da aus. Und zwar, der ist ziemlich aktiv im Bereich Entwicklungsprojekte und so. Und jedenfalls macht er schon lange, hat er ein Projektlaufen in Burundi. So, kurz nachdenken. Wo liegt Burundi? Ich muss das auch nachgucken tatsächlich. So quasi, so ein bisschen mitten in Afrika, ein bisschen weiter rechts. Kongo und Tansania, so ein bisschen dazwischen. Ziemlich kleines Land. Jedenfalls in Burundi hat er ein Team von Leuten, die nähen können. Und zwar, ich verlinke mal die Seite von denen. Wenn du also, das geht jetzt mehr an Geschäftsleute, wenn du also eine Idee hast, die du umsetzen möchtest, oder ein Geschäft hast, das du was umsetzen möchtest, das genäht werden kann, kannst du das in Burundi machen, guter Zweck. Und dann halt eben auch Handarbeit und so weiter. Und vor allem kann man kreative Ideen umsetzen mit dem Thomas. Also wenn du da was hast, ich verlinke mal ihre Landingpage für deine eventuellen Nähprojekte. So. Also, denk mal so, ja, so ein Quatsch. Aber nee, 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 denk mal drüber nach. Also, da fällt einem schon was ein. Also, fällt einem schon was ein, zum Nähen lassen, so Produkte und so. So. Instagram. Wenn du möchtest, dass wir über dein Foto sprechen, dann mach das Hashtag dran. Wiesner News. So wie 330.000 andere Leute inzwischen. Wo sind sie? So. Da habe ich zum Beispiel gefunden, 13 Remember Me. Der war in Hamburg auf einem Workshop von Carlomed. Ein Hochzeitsfotografie-Workshop. Ziemlich cooles Bild. Auch ziemlich coole Nachbearbeitung mit dem schwarz-rot-look, so super retro. Also, müsste ich nicht andauernd haben, aber lange nicht mehr gesehen, sowas. Und dann finde ich es ziemlich cool. Also, Augen fällt auf beim Durchblättern durch Instagram. Kleiner Hinweis, weil du da ein Workshop war und du was lernen möchtest. Ich weiß nicht, ob er den Workshop gegeben hat oder teilgenommen hat. Jedenfalls, was mich tatsächlich sehr stört, ist die Schwarz-Weiß-Umwandlung an ihrem Oberarm. Da haben wir drauf achten. Das ist sehr fleckig. Das passiert sehr schnell, wenn du Schwarz-Weiß-Umwandlung machst. Gesichter, egal Haut generell, die wird schnell fleckig. Was du machen kannst, ist im Leitraum hingehen und mit den Farbreglern ziehen. Mit Rot, Orange und Gelb. Die mal hin und her ziehen, je nachdem, wie die Hauttöne sind. Hier würde ich denken, wahrscheinlich am Rotregler ein bisschen ziehen. Dann verschwindet das wahrscheinlich sogar und das war's. Es ist sehr, sehr einfach, das wegzumachen. Meistens. Weil die Haut hat so ein bisschen andere Farbtöne als ganz normal. Und das sieht hier ein bisschen unschön aus, weil es auch relativ hell ist. Genau in der Mitte vom Bild und so weiter geht der Blick hin. Weil auch ihr Arm ist schön geformt, der Arm mit dem Dreieck oder Blickfang. Aber es geht halt Blick zum Arm. Ich kann gar nicht nicht, jetzt wo ich es gesagt habe, kannst du nicht mehr weggucken. So, dann zwei Bilder. Ja, weil ich auch gerne konstruktive Kritik mache hier. Der Benoduct 1986, der war in Berlin am Alexanderplatz. Ganz typisch. Wahrscheinlich sogar, nee, kein Handyfoto, sondern mit der A1 14mm. Das ist relativ oft ein Problem in der Stadt, weil du stehst am Boden und die Gebäude sind größer als du. Das heißt, du hältst die Kamera ein bisschen schräg hoch und hast stürzende Linien. Das muss aber nicht stören. Deswegen sage ich das hier. Hier stört es mich jetzt sehr, weil der Fernsehturm halt einfach total krumm und schief ist. Aber bei dem anderen Bild von dem Marcel, der war in Japan unterwegs und hatte diesen Bambuswald. Und da sind auch die Bäume so ein bisschen krumm. Auch Ultraweitwinkel wahrscheinlich steht nicht dran. Wahrscheinlich sogar, also sehr Ultraweitwinkel sieht das aus. Und dann hast du das natürlich auch sehr schnell. Aber hier ist es künstlerisch, hier ist es sehr schön. Also er könnte im Photoshop ja hingehen und das gerade machen. Er würde das Bild nicht aufwerten. Eher im Gegenteil sogar. Also es ist nicht so stark, dass es stört, sondern Farbklecks und so weiter, künstlerisch. Also eher ein künstlerisches Bild ja, aber finde ich schön. Auch Eyecatcher, also sehr positiv hängen geblieben. Und hier stört das überhaupt gar nicht mit der Verzerrung bzw. Werte sogar auf. Und beim Alexanderplatz, nichts gegen den Alexanderplatz, da ist es zu doll wegen diesem schiefen Fernsehturm. Das war zum Beispiel neulich ein Thema, als wir in Hannover waren. Hannover, das ist das Versicherungsgebäude, was wir fotografiert haben. Da ist es auch so, du stehst unten, stehst relativ nah dran, du hast die Stürze in den Linien. Und wenn ich versuche, das gerade zu machen, verliere ich unglaublich viel, weil es so schräg ist, dass ich etwas verliere. Und das Bild hat nachher weniger Wirkung. Weil die Weitwinkelverzerrung, die kann ja auch im Bild aufwerten, wie wir gerade gesehen haben. Und das fand ich war da also auch so. Also es muss nicht immer schlecht sein. Aber sie dessen einfach bewusst sein. Man kann es einfach ausprobieren. Kamera halt eben gerade halten. Und dann musst du sie hoch machen, damit du das alles raufkriegst und du siehst ja, wie sie alles verzerrt. Und in der Regel kannst du das halt nicht lösen, weil du müsstest höher kommen. Das geht halt häufig nicht. Manchmal ist die Lösung super weitwinklig zu sein und dann zuzuschneiden und halt zu gerade zu ziehen. Oder es gibt Tilt-Shift-Objektive, die das können. Es gibt verschiedene Lösungen. Aber es muss, wie gesagt, nicht immer stören. Und dann haben wir noch Schmermann, Schmermann, Schrermann. Ich weiß nicht, wie ich die aussprechen soll. Der war auf Sylt Leuchtturm. Künstlerisch in Schwarz-Weiß. Kann man mal machen. Fand ich jetzt auch sehr, sehr positiv. Weil so eine mystische Stimmung, die wird getragen von dem Schwarz-Weiß, finde ich. Hier wertet das es wirklich auf. Ja, ist ein Leuchtturm, ist wahrscheinlich rot. Der muss ja nicht immer rot sein, sondern darf auch so nostalgisch aussehen. Auch mit dem quadratischen Look in dem Fall. Finde ich gut. Also gefällt mir total gut. Sehr positive Umsetzung. Auch ganz schön gemacht mit der Schwarz-Weiß-Umwandlung. Sehr düster in dem Fall. Wird aber getragen von den Lichtstrahlen. Also gut. Also wirklich gut. Finde ich schön. Gefällt mir. Team Wiesner. Ich bin im Moment dran. Ich habe mir gekauft. Ich habe keine Kooperation mit Futsch. Ich habe sie mir tatsächlich selbst gekauft hier. Die Instax Mini Evo. Aktuell so ein bisschen total hip in Japan. Ich wollte wissen, warum. Ich habe schon eine ältere Instax und benutze ich super wenig. Und jetzt war natürlich die Frage, benutze ich sie mehr? Der besondere Vorteil davon ist, dass man hier, das ist eine Digitalkamera mit Film drin. Das heißt, ich mache ein normales Foto und dann kann ich sagen, druck dieses Foto. Eine Review kommt noch. Aber vielleicht schon mal, weil mich viele angesprochen haben, erster Eindruck. Ich sage mal, meine Meinung zur Usability. Jetzt reden wir nochmal über Usability. Ich versuche gerade einen Film einzulegen. Ich musste tatsächlich ein Tutorial raussuchen, weil in der Anleitung steht es nicht. Mir gibt es das Handtuch. Steht nicht drin. Wie man das macht, den Film einzulegen. Und zwar kriege ich die Klappe nicht auf. Ich habe es jetzt rausgefunden. Hier ist ein Hebel, da kommt man sofort drauf. Da macht man dran. Das passiert gar nichts. Da versucht man irgendwie die Fingernagel hinter zu klemmen. Geht nicht. Man kriegt das nicht auf. Man kriegt es wirklich nicht auf. Der Trick ist, man muss es auf dem Kopf halten. So machen. Dann hoffen, dass es ausklappt. Jetzt geht es auf. Wenn man die Kamera jetzt umdreht, um den Film reinzulegen, klappt es wieder zu. Und spätestens jetzt bin ich kurz davor, es an die Wand zu werfen. Also ganz kurz davor. Wer denkt sich so einen Quatsch auf? Usability ist leider unterirdisch. Bildqualität ist unterirdisch. Druckqualität. Die Fotos sind halt mini klein. Sieht man das so ein bisschen? Also mini klein. Und auch wirklich nicht gut. Also es ist nicht so, dass es eine gute Bildqualität hat. Es stört nicht so richtig, weil es so klein ist, dass es sowieso egal ist. Also zumindest, wenn ich die Brille nicht aufhabe. Also schlechte Usability, schlechte Bildqualität, schlechte Druckqualität. Aber der Funfaktor ist potenziell sehr hoch. Mehr dazu dann im kompletten Review. Ansonsten habe ich so ein bisschen Ärztewoche gehabt. Zahnarztkontrolle, Augenkontrolle. Da bin ich nach Zelle gefahren, bin ich ein bisschen länger unterwegs. Wollte ich noch kurz erzählen, so Thema Autofokus. Autofokus ist ja sehr viel besser geworden heutzutage, sehr viel schneller. Beim Menschen ist es umgekehrt. Der wird im Alter langsamer tatsächlich. Ist mir in letzter Zeit ein paar Mal aufgefallen, so dieses, ich sitze im Auto, ich gucke aufs Tachometer und ich gucke in die Ferne. Also großer Unterschied. Das dauert. Das ist nicht mehr so wie früher, dass es sofort da ist, sondern es ist richtig so, ich spüre richtig die Muskeln arbeiten. So wie so ein alter Autofokus. Der war so. Und die Ärztin gestern da im Augencenter, da habe ich halt auch darauf angesprochen, so quasi aufgezählt, was so alles jetzt auf mich zukommt, über 50. Und da war das halt auch dabei, dass der Autofokus quasi von den Augen langsamer wird. Es ist tatsächlich anstrengender und langsamer. Das ist so ein bisschen so ein Thema. Das ist zum Beispiel auch ein Thema, alte Leute Autofahren, ja, nein. Nein, das ist nicht nur, dass Reflexe langsamer werden im Alter, sondern tatsächlich auch, man kann schlechter gucken. Nicht nur schlechter gucken, sondern langsamer gucken, so muss ich sagen. Wusste ich bis vor einem Jahr nicht, so dieses Jahr, also letztes Jahr hat das so angefangen, so, dass ich das spüre. Naja, kommt halt so. Ganz was anderes, habe ich auf Instagram erzählt, fand ich so cool, musste ich mir kaufen. Und zwar habe ich hier meinen Schreibtisch und ich habe keinen, so einen Rollencontainerschrank oder sowas da drunter. Gucke ich schon lange nach und irgendwie nie einen gefunden, der so richtig cool ist, weil ich wollte was Cooles haben. Und die sind doch schnell relativ teuer. Das habe ich gefunden. Sieht man es natürlich nicht richtig, ne? Also das ist so ein, ich blende das Bierroll ein. So ein Flugzeugding, wie die Stewardessen im Flugzeug haben, wo sie dann den Tomatensaft rausholen. Kann man gebraucht kaufen, ist ein gebrauchter, der ist original. Mit Beulen und Kratzern und allem. Es gibt Firmen, die bereiten die auf und verkaufen die. Ist dann relativ teuer, aber auch ziemlich cool. Der hat jetzt halt so ein paar Schubladen drin. So für Stifte halt und Schubladen und Bretter und so weiter, sodass man da halt zum Beispiel Bücher reinstellen kann. Falls einer das noch nicht gekauft hat. Das gibt es auch mit dem Bareinsatz. Und mir haben überraschend viele von euch geschrieben, dass sie das haben. Dass sie im Wohnzimmer eine Bar stehen haben. Das ist so ein Ding. Und dann halt dieser Einsatz drin mit Lichtern und so weiter. Sieht ziemlich cool aus tatsächlich. Oder gibt es auch für die Küche. Mit so einem Holzblock drauf und so. Kann man relativ teuer kaufen. Gibt es scheinbar auch bei Ebay. Einige haben mir geschrieben, dass es das bei Ebay so eigentlich günstiger gibt. Ich will da gar keine Werbung für machen. Aber fand ich so eine witzige Idee. Und passt hier halt total gut rein. Also guckt sich so ein bisschen weg. Es fällt überhaupt nicht auf. Das ist aber ein Detail, was sehr cool ist. Und ich finde, sowas wäre auch sehr cool, wenn du ein kleines Studio hast. Als Studiowagen. So das ganze Blitzzeug rein und so weiter. Sicherlich auch in den Augen fangen. Also wird man darauf angesprochen, glaube ich. Wenn man wieder Models einladen kann und so. Dann habe ich dummerweise letzte Woche gesagt, dass wir nicht mehr super viele haben. Und kauft doch bitte jetzt, bevor es weg ist. Das haben ganz viele von euch getan. Von so her hatten wir ein bisschen zu tun. Mal wieder die auch auf die Straße bringen. Aber ist ja gut. Es soll kein Jammern sein. Und ansonsten bin ich natürlich auch ein bisschen fleißig dran. Weil das Wetter da draußen so ein bisschen echt. Das kannst du keinem anbieten. Ich werde so ein bisschen schwermütig langsam, glaube ich. Weil November, Dezember, Januar um. Und irgendwie so ein Tag Sonne im Monat. Aber auch nur ein halber Tag Sonne. Also ganz, ganz grausam dieses Jahr. Ich weiß, ob das schon immer so war. Oder ob es dieses Jahr extremer ist. Mir nur mehr auffällt, weil ich eine Solaranlage habe, die nicht funktioniert. Weil keine Sonne, also fast gar nicht funktioniert. Bisschen mühsam. Wird ein bisschen schwermütig. Aber das versuche ich zu kaschieren mit mehr Kochen. Mein Kochkanal ist sehr gut durchgestartet. Das ist schon 2300 Follower. Vielen Dank für alle, die da ein Abo dagelassen haben. Und ich gebe mir Mühe, da ein paar interessante Sachen zu machen. Mal ein heißes Süppchen oder so könnte ich mal machen. Weil wir haben gestern eine sehr leckere Suppe gehabt. Vielleicht mache ich das mal. Die hat gut getan. So, naja. Also. Bleib gesund. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.